Meine Herren, sucht euch ein Lieblingsplätzchen. Ich hab das Popcorn. Ich hab die Marata. Und ich hab die... Cocktailwürstchen. Darauf einen Toast. Auf uns. Die drei besten Kumpels im ganzen Weiten... Äh, was sollen denn die Rollschuhe, Goofy? Lustig, dass du fragst, weißt du? Oh! Ah! Goofy! Goofy? Ganz ruhig, Donald. Ganz ruhig bleiben. Wir müssen ganz ruhig bleiben, Mann! Seine beiden besten Kumpels. Wir setzen unseren Kumpel wieder zusammen. Und der Kleine isst dir alle alle auf. Tja! Ah! Boing! 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 Donald, stopp in dir! Boing! 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 Oh, 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 oh. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Wir waren die beste Freunde. Könnten wir doch nur zurückgehen und nochmal ganz von vorne anfangen. Das ist es. Das ist es. Das. Es funktioniert. Goofy setzt sich wieder zusammen, so wie er sich aufgelöst hat. Das hat sich anweh. Goofy. Oh, 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 oh. Cocktail-Würstchen. Was sollen denn die Rollschuhe, Goofy? Lustig, dass du fragst, weißt du? Wow. Mein Einrad ist zur Reparatur. Ach, Goofy. Ihr seid die besten Kumpels, die man sich wünschen kann. Und ihr seid auch gar nicht so schlecht. Christus, das ist die besten Kumpel. Oh, was soll dir số 10. UF. Ah. Sägerin.